Herzlich willkommen bei den Chess Buddies zum traditionellen Rückblick auf den letzten Quarantäne-Bundesligaspieltag. Wie immer berichten wir euch hier kurz, was ist passiert und geben euch kurz und knackig die Ergebnisse der ersten beiden Ligen durch, wer waren die besten Mannschaften und wer waren die besten Einzelspieler. In der ersten Quarantäne-Bundesliga konnte gestern zum dritten Mal der HSK aus Hamburg den Titel holen. Herzlichen Glückwunsch nach Hamburg. Gestern nicht nur mit den beiden bekannten Großmeistern Rasmus Warne und Nils Grandelius, sondern auch noch mal verstärkt durch den starken internationalen Meister Jonas Lampert und zwei französische Freunde. Und ja, so konnte Hamburg am Ende ganz deutlich mit 48 Punkten Vorsprung den Titel vor Grunbach gewinnen, die immer mal wieder gut dabei sind, aber noch auf den ersten Titelgewinn warten. Vielleicht ist das ja die Tage soweit. Auf Platz 3 das Team aus Astana, direkt als Aufsteiger auf Platz 3 gelandet, vorne dabei gewesen und hatten auch den besten Einzelspieler. Also gutes Debüt in der ersten Liga. Auf Platz 4 dann Lister Turm aus Hannover, auch uns allen bekannt schon als erfahrene Quarantäne-Spieler. Die sind immer oben mit dabei, haben ein gutes ausgelegenes Team und auch gestern wieder nicht weit weg von zweiten Platz. Wir waren gestern nicht aktiv, Christian und ich, weil wir unseren Chess Buddies Cup von Donnerstag bis Samstag ausgerichtet hatten und dann war am Sonntag mal eine kleine Pause dran. Deswegen, unsere beiden Teams mussten unter uns auskommen. Mühleim Nord am Ende auf Platz 6, vor allem geschwächt ein bisschen, weil Daniel Friedmann gestern erst sehr spät einstieg, der uns sonst immer weit nach oben katapultiert hat. Und auf Platz 7 die Delfin-Therapie mit den Aachener Schachspielern und ihren Bekannten. Beide konnten uns aber distanzieren von den drei Abstiegsplätzen. Die Schul-Schach-Profis, das junge Team aus der Schweiz, muss leider in die 2. Liga, genauso wie die Nigerianischen Prinze, die ja auch ein sehr junges Team sind und schon zweimal einen Titel gewonnen hatten. Und der Host-Discord-Server, gar nicht lange her, dass sie einen Titel gewonnen haben, dieses Mal ohne Chance auf dem letzten Platz waren gestern Ersatz geschwächt. Der Spieltag vor dem letzten Spieltag ist ja leider ausgefallen, durch Server-Probleme auf Lead Chess. Also das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, die mitspielen wolltet. Da war am Donnerstag dann kein Spieltag, deswegen war das jetzt der erste nach einer Woche. Wenn wir auf die besten Einzelspieler schauen, war gestern der beste Spieler, ein Großmeister aus Kasachstan. Ich werde den Namen wahrscheinlich nicht hinkriegen, Rustam, Kustadinov oder so ähnlich, war mir auch noch nicht bekannt. War auf jeden Fall gestern der beste Einzelspieler punktgleich mit Mako 07 von Grunbach. Da weiß ich nicht, wer das ist. Wenn der sich mal outen möchte oder ihr wisst, wer das ist, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Den habe ich jetzt schon öfters unter den besten Spielern gesehen, hat aber keinen Namen im Profil stehen. Und dann sehen wir, warum Hamburg so stark ist. Vier Spieler unter den besten sieben Einzelspielern im Turnier. Da macht es nicht nur ein starker Großmeister, sondern die Ausgeglichenheit des Teams. Und ja, dann sind sie natürlich auch schwierig zu besiegen. Gucken wir kurz in die zweite Liga. Da ist TSV Schöniach Meister geworden. Das waren sie schon mal, mussten dann mal aus der ersten Liga wieder runter. Also sehen wir dann im nächsten Spieltag, ob sie sich dieses Mal halten könnten. Auf Platz 2 der Düsseldorfer Schachklub und auf Platz 3 Wattenscheid. Zwei Teams aus NRW, die jetzt auch zum zweiten Mal in die erste Liga aufsteigen. Düsseldorf wiederum verstärkt durch den starken deutschen Großmeister Georg Meier. Und Wattenscheid durch einige Ex-Spieler. Evgeni Nagier, Florian Handke, die haben früher regelmäßig und jahrelang für die Wattenscheider in der ersten Bundesliga gespielt. Und es ist doch eine schöne Sache, dass die hier das Wattenscheider-Team in den Online-Ligen verstärken. Ja, deswegen hat es die Bierstube München weiterhin schwer, wieder in die erste Liga zu kommen. Haben den Aufstieg mal wieder knapp verpasst. Und ja, mal sehen, wann die es wieder schaffen, in die erste Liga zu kommen. Absteigen müssen die Schachfreunde aus Stuttgart und aus Sachsen-Anhalt, der erste FC Simon. Genauso wie das Team aus Schweden, Vasa SK, gestern ohne ihren Topstar Armin Bassem am Start. Und daher wurde es dann schwierig. Und die drei Teams mussten in einem sehr knappen Abstiegskampf und einer insgesamt sehr, sehr knappen Liga, wie man sieht, dann am Ende absteigen. Aus der dritten Liga kommen währenddessen wieder zwei internationale Teams hoch. Also man merkt, die Liga bleibt und wird immer stärker internationaler, immer mehr Großmeister aus verschiedenen Ländern. Traditionell gucken wir auf ein Partiefragment vom besten Spieler von Rustam, der hier gestern in dieser Stellung schwarz hatte, gegen den bekannten deutschen Blitzspieler Ilja Schneider. Und das ist jetzt keine Taktik oder so, aber eine typische Partie fürs Online-Schach und warum man, oder warum manche Spieler dann so stark sind. Man muss auch einfach diese ausgeglichenen Endspiele dann weiterspielen und am Ende gewinnen. Hier hat Schwarz Springer C5 kam. Vielleicht einen kleinen Vorteil, weil der Springer ist ein bisschen aktiver, der Bauer kann leichter zum Freibauern werden und der König kann aktiviert werden. Aber im Turnierschach wird es wahrscheinlich Remis enden. Im Blitzschach wird das dann weitergespielt und man muss die Fehler des Gegners dann oft nur ausnutzen. Weiß spielte hier F4, Schwarz tauschte und brachte jetzt natürlich seinen König voran. Sehr schöner Zug, König F5. Und das strebt nicht nur an, den Bauer auf F4 zu gewinnen, sondern auch auf das Feld E3 zu stürmen, wie wir gleich sehen werden, und den Freibauern zu unterstützen. Ja, und hier kam dann der angesprochene Fehler von Weiß. Was hättet ihr gezogen mit Weiß? Ihr könnt euch mal kurz Gedanken machen und das Video anhalten. Ilja hätte hier Springer F6 ziehen müssen. Und das ist natürlich alles schwierig zu berechnen im Blitzschach, aber nach König F4 ist zum Beispiel Springer schlägt H7, König E3 nicht möglich, weil der Schwarze Bauer dann wieder zur Dame läuft. Deshalb muss Weiß auf D5 diesen gefährlichen Freibauern beseitigen mit Schach. Und nach König G3 kann man zum Beispiel nach F6 zurückgehen. König H4, Springer H7 deckt den Bauern ab auf G5. Und ja, jetzt kann Schwarz den zwar gewinnen mit Springer E4 durch diese Springergabel. Und nach Springer G5, König G5 wäre der Bauer ganz schön schnell. Aber Weiß kann hier Springer F8 ziehen, greift den Bauern auf G6 an. Schwarz muss den ja erstmal verteidigen. Und König B5 reicht hier locker zum Remis, weil man hier genug Gegenspiel hat und den Springer gegen den Bauern geben kann. Dann wäre Weiß hier nichts passiert. Stattdessen kam jetzt der angesprochene Fehler, Springer E3 Schach. Und nun nahm Schwarz nicht auf F4 weg, wonach es ja zur selben Stellung kommen würde, sondern spielte stark König E4, platzierte den König zentral, um den Bauern auch zu unterstützen. Und nach Springer G4 konnte Schwarz das Tempo nutzen, mit D4 seinen Freibauern fortzuschieben. D4 Schach, König ging nach C2, um den Bauern auf B3 gedeckt zu halten. König schlägt F4, Springer war angegriffen und nun König E3 und der Bauer ist halt auf D5 jetzt nicht mehr am Hängen, sondern schon auf D4 und die Stellung ist dann gewonnen für Schwarz gewesen. Es folgte Springer H7 und, nee, Springer D5 kam, weil nach Springer H7, König E2 wäre es direkt vorbei. Deswegen kam Springer D5 Schach, König E2, Springer F4, König F3, um aus den Schachgeboten zu entfliehen und jetzt wurde der Bauer vorgetrieben. D3, König E4, König D4 und nach Springer H7 kam Springer E4, König D1, König E3 und König und Springer konnten den Bauern locker zur Dame treiben oder zur Umwandlung treiben. Schöne Technik in dieser Partie, in diesem Endspiel von Schwarz und sehr lehrreich, wie man solche Endspiele im Blitzschach noch weiterspielen kann. Zum Abschluss wollen wir eigentlich immer kurz noch auf die ewige Bestentabelle der Quarantäne-Liga schauen. Die wurde aber jetzt von unseren Freunden von der Rochale Europa noch nicht aktualisiert. Trotzdem mal ein kurzer Blick. Die Bierstube München war ja die ganze Zeit vorne, kann im Moment keine weiteren Punkte holen und so sind gestern Listerturm und Hamburg weiter herangekommen an die Bierstube und werden die bald ein bisschen mehr unter Druck setzen. Deswegen muss die Bierstube langsam mal wieder in die 1. Liga zurück schaffen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, für welchen Fall ihr aktiv seid, was euch interessiert und abonniert uns auf Twitch. Den Link seht ihr unter mir. Dort werden wir am Donnerstag auf jeden Fall wieder streamen. Wahrscheinlich werde ich begleiten, wie wir uns mit Mühl am Nord schlagen und dann schaltet da einfach wieder ein und bleibt bei unserem Kanal auf dem Laufenden.